Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Anleihen bieten wieder Zinsen. Doch wie kann ich Anleihen kaufen und ist dies eine gute Idee? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Zuerst zeige ich euch Anleihen, Basiswissen, dann Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen, wann sich Anleihen lohnen können, wie finde ich Anleihen, ein mögliches Praxisbeispiel. In Anleihen kann man auch mittels ETF investieren und da stelle ich euch zwei Beispiele vor und zum Schluss gebe ich dir mein Fazit zu Anleihen. Und nun viel Spaß dir beim Video. Anleihen bezahlen einen Coupon oder auch Zins genannt und haben eine feste Laufzeit. Wesentliche Unterscheidung zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Es muss auf die Mindestanlage sowie Stückelung geachtet werden. Meist ist dies 1.000 der Basiswährung. Das kann zum Beispiel Euro oder auch US-Dollar sein. Aber es gibt auch 100.000 als Mindestanlage. Diese sind dann für Privatanleger uninteressant und sind nur für institutionelle Investoren. Anleihen sind neben Euro auch in anderen Währungen möglich. Zum Beispiel US-Anleihen sind immer in US-Dollar. Dadurch habt ihr dann ein Währungsrisiko bei einem Investment. Das Intervall der Zinszahlung ist je nach Anleihe variabel von monatlich bis jährliche Zahlungen. Die Bonität des Schuldners ist das A und O bei einem Anleiheninvestment. Es stellt sich nur die Frage, kann mein Schuldner mir das Geld zum fixen Zeitpunkt zurückbezahlen oder nicht. Anleihen lassen sich genau wie Aktien auch an Börsen über viele Broker handeln. Beachtet die Liquidität bei Anleihen. Meist ist diese sehr gering, da Anleihen nicht zu viel schwanken und dadurch wesentlich weniger damit gehandelt wird. Und zusätzlich müsst ihr den Stückzins beachten. Wenn ihr eine Anleihe kauft, kann es vorkommen, dass ihr Stückzinsen bezahlen müsst. Dies ist die Entschädigung für den alten Besitzer, da er noch keine Zinszahlungen für die unterjährige Haltedauer bekommen hat. Und somit wird er durch den Käufer entschädigt. Schauen wir uns nun einmal Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen an. Zuerst einmal gibt es unterschiedliche Ratingagenturen, wie zum Beispiel Standard & Poor's, Fitch und Moody's. Die bewerten entsprechend Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Bei Staatsanleihen wird man Gläubiger von einem Staat und verleiht sein Geld an diesen. Meistens hat dies ein geringes Risiko, dass ein Staat zahlungsunfähig wird. Aber dies gibt es auch, wie zum Beispiel Argentinien in der Vergangenheit. Deswegen unbedingt das Lenderrating beachten. Die Lenderratings mit AAA zum Beispiel hat Deutschland oder auch Singapur. Das ist die höchste Bonität, die von den Ratingagenturen vergeben wird. Gefolgt von AA+, das wäre hier zum Beispiel die USA oder auch Österreich. AA wäre Frankreich und Belgien, zwei Beispiele dafür. Bei AA- Großbritannien und Estland. Bei AA wäre China und Japan. Bei AA wäre Island und Spanien. A- wäre Polen und Saudi-Arabien. BBB- wäre Philippinen und Thailand. BBB wäre Italien und Portugal. Und BBB- wäre Rumänien und Indien. Bis BBB- sind alle Ratings anlagewürdig im sogenannten Investment-Crate. Alles darunter sind spekulative Anlagen oder auch Non-Investment-Crate. Bei Unternehmensanleihen wird man Gläubiger von einem Unternehmen und verleiht sein Geld an dieses. Nicht so sicher wie Staatsanleihen. Meist höhere Rendite bei größerem Risiko. Hier habe ich euch auch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel könnt ihr euer Geld an Apple verleihen. Dafür kriegt ihr zwischen 1,4 bis 5,5 Prozent derzeit pro Jahr. Bei Microsoft sind es 3,1 bis 5,4 Prozent. SAP 1,8 Prozent bis 3,6 Prozent. Und für die P2P-Investoren, die kennen vielleicht MoGo oder auch eLiving, die sind auf Mintos notiert. Und wenn ihr die Anleihe von ihnen zeichnet, kriegt ihr derzeit 15,4 Prozent. Kommen wir nun zur Frage, wann sich Anleihen lohnen können. Fall A wäre ein Ersatz für Festgeld und gegebenenfalls für Tagesgeldkonten. Durch ein Investment in Anleihen lassen sich zum Teil deutlich höhere Zinserträge generieren als bei Festgeld oder Tagesgeld. Schnellere Verfügbarkeit durch die tägliche Handelsmöglichkeit hat man, anders als bei Festgeld, eine Option, früher an sein Geld zu kommen. Gegebenenfalls könnt ihr natürlich mit eurer Anleihe Geld verlieren, wenn ihr es vor dem Fälligkeitstag verkaufen wollt. Je nachdem, wie der derzeitige Marktpreis für die Anleihe steht. Und ein zweiter Fall, das wäre der Ersatz für ein P2P-Investment. Durch ein Investment in Anleihen lassen sich zum Teil deutlich höhere Zinserträge generieren als bei P2P-Investments. Beispiel wäre zum Beispiel Youth Credit und eLiving. Das sind mit die besten Kreditanbahner, die bei Mintos aktiv sind. Und als Anleihenbesitzer seid ihr vermutlich höher gestellt als mögliche Investoren bei einer P2P-Plattform, wie zum Beispiel bei Mintos, sofern es zu einem Zahlungsausfall beim Unternehmen kommen sollte. Daraus resultiert, Anleihen können somit durchaus für Privatanleger eine Option sein. Wie finde ich nun am besten Anleihen? Die Comdirect und Onvista bieten mit ihrem Anleihefinder ein sehr gutes Tool an. Es lassen sich über 67.000 Anleihen suchen, sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen. Es gibt eine sehr gute Filtermöglichkeit, um genau die passende Anleihe für euch zu finden. Neue Emissionen von Anleihen lassen sich auch auf der Seite von Wallstreet Online suchen. Hier kann man sehr schön nach dem Datum filtern und sieht die neuesten Emissionen. Kommen wir zu einem Praxisbeispiel aus meinem Depot. Ich persönlich habe mir am 19.10. und 20.10. dieses Jahres jeweils Staatsanleihen von Finnland und Rumänien gekauft. Rechts habe ich euch auch schon mal gezeigt. Rumänien hat ein Rating von BBB- und die Zinsen pro Jahr sind bei 2,875%. Da ich die Anleihe mit einem Kurswert von 968,70 Euro erworben habe, wird mir nach der Fälligkeit, also am 28.10.2024, wird es mir für 1.000 Euro zurückgekauft. Und somit habe ich eine Gesamtrendite auf die Laufzeit von 8,96%. Das bedeutet eine Rendite von 4,48% pro Jahr. Bei Finnland, was deutlich sicherer ist, mit einem Rating von AA+, also der zweithöchsten Kategorie, kriege ich Zinsen pro Jahr nur 0,875%, habe die Anleihe zu einem Preis von 956,70 Euro gekauft. Die Anleihe läuft noch 2,9 Jahre und wird mir dann auch für 1.000 Euro zurückgekauft, sodass ich eine Gesamtrendite auf die Laufzeit von 7,17% bekomme und somit die Rendite auf Jahressicht 2,47% beträgt. Ich möchte damit einen kleinen Teil meines Geldes in die Assetklasse der Anleihen investieren und dies bei einer Laufzeit von unter 3 Jahren. Die Aufnahme von Unternehmensanleihen ist für die Zukunft ebenfalls in geringem Maße vorgesehen. Meine Erwartungshaltung an das Investment ist, ein möglichst stabiles Investment mit verhältnismäßig geringer Schwankung zu haben und das bei einer Rendite, die etwas über 3% pro Jahr nach Ablauf der Fälligkeit liegt. Man kann natürlich auch passiv investieren. Neben der gezielten Investition in Einzelanleihen gibt es natürlich auch mittels ETF die Möglichkeit, in einen breiten Korb von Anleihen zu investieren. Bei Staatsanleihen bietet sich zum Beispiel der iShares USD Treasury Bond 20 Years Plus an. Dieser investiert in langläufige US-Staatsanleihen und profitiert von fallenden Zinsen. Hier seht ihr die Fondsgröße, ist mit 1.236 Millionen Euro sehr groß und die derzeitige Dividende liegt mit 2,59% in einem akzeptablen Bereich. Allerdings ist es so, dass ihr nur in US-Staatsanleihen investiert und ihr somit natürlich da auch ein Währungsrisiko habt. Die Unternehmensanleihen, da wäre der iShares USD Corporate Bond eine ganz gute Wahl. Hier investiert ihr weltweit in Unternehmensanleihen mit Investment Credit Rating. Das bedeutet alles, was über BBB- ist und die Fondsgröße ist noch größer mit 3.950 Millionen Euro und die Dividende liegt für die Unternehmensanleihen mit 3,45% ebenfalls höher. Der ETF-Anleihenkorb muss jedoch immer wieder neue Anleihen in sein Portfolio aufnehmen, da er keine Endfälligkeit seines ETF-Investments hat. Dadurch ist es gesamthaft auch nicht so leicht planbar, was die Einnahmen angeht, da er wesentlich zinsanfälliger ist als eine Einzelanleihe ohne Verkauf bis zum Fristende. Kommen wir nun zu meinem Fazit zu einem Investment in Anleihen. Bis vor wenigen Monaten war ein Investment in Anleihen noch total unattraktiv, da die Zinsen sehr gering waren. Durch die Zinserhöhung der Notenbanken ist ein Investment in Anleihen nun wieder attraktiver geworden. Anleihen stellen eine zusätzliche Diversifizierung in einem Portfolio dar. Die zeitliche Befristung einer Anleihe ist Fluch und Segen zugleich, da nach Ablauf der Zeitdauer ein neues Investment eingegangen werden muss. Der ETF kauft dann automatisch neue Anleihen in sein Portfolio herein. Die Zinsen könnten dann jedoch so unattraktiv sein, dass ein Investment in andere Anlagenklassen attraktiver ist. Gerade Staatsanleihen mit Investmentcrate bieten eine relativ sichere Komponente in einem Gesamtdepot ab und können aus meiner Sicht schon fast dem risikolosen Anteil zugerechnet werden. Ein Investment in Anleihen lässt sich ganz gut mit dem Zitat von André Kostolanyi beschreiben. Wer gut essen will, kauft Aktien. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen. In diesem Sinn bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, damit ich weiter wachsen kann, das Video auch mit euren Freunden und Freundinnen teilt und mir euren Kommentar zu einem Investment in Anleihen unter das Video schreibt. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Risikohinweis. Das Video stellt lediglich die Meinung des Autors dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der gezeigten Daten im Video übernommen.